was geht ab leute hier ist wieder euer ramon scott am start und im heutigen video zeige ich euch wie ihr in michael sein haus reinkommt als erstes müsst ihr aufs dach gehen und einfach hier stehen wo ich stehe und dann nehmt ihr euer handy und tut es irgendeine kontaktmission von gerald simon oder sowas einfach aufnehmen und dann wenn ihr in missions menü seid geht ihr einfach wieder raus und wie ihr es jetzt erzählen könnt seid ihr in michael haus und ihr könnt es auch einfach mal herumschauen und dann könnt ihr auch mal eventuell mit euren freunden sogar was aufnehmen und ja wird aber auch geil und fett sein wenn ihr mich abonniert und einen daumen nach oben gibt und wie gesagt ich lasse jetzt euch mit dem ganzen gameplay schaut es bis zum ende an würde cool sein und ja dann bin ich jetzt an dieser stelle raus und ich hoffe ihr habt einen guten tag bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017